Zuerst werde ich euch zeigen, was ich so als Routine habe, wenn ich zu Hause bin. Ich habe eins von diesen kleinen Trampolinen. Und sie nennen es ein Cellar Sizer, denn es aktiviert die Zellen, nicht nur die Muskeln. Es ist ein sehr gutes Trampolin, das ich zu Hause benutze. Und das Springen darauf ist wirklich sehr, sehr weich und angenehm. Und ich fange an, dass ich es einfach so leicht hüpfe, um mich selbst aufzuwärmen. Und der Punkt ist, dass ich niemals hochkomme. Das ist kein richtiges Trampolin. Das ist eine Bewegungsmaschine. Und so hüpfe ich darauf rum für 10 Minuten. Und während ich mich so aufwärme, mache ich einige mehr Bewegungen. Das hilft auch den Hüften. Und alles im Körper wird wirklich bewegt. Nach 10 Minuten lehne ich mich über die Enden und mache 25 Liegestütz. Und dann springe ich wieder für eine Minute und dann setze ich mich so nieder und entweder mache ich 25 Bauchaufzüge oder ich springe von einer Seite zur anderen, wo all der Druck dort im Bauch sein wird, sodass das flach bleibt. Ich tue das vier Mal. Das Ganze also vier Mal. Und das braucht für mich mehr als eine Stunde ungefähr. Und dann habe ich auch einige Gewichte. Ja, also so kleinere Gewichte. Und das tue ich dann 25 Mal. Und dann tue ich mehr Gewicht. Und mache nochmal 25. Und dann nehme ich dieses extra Gewicht wieder weg. Und mache wieder 25 Mal. Und nachdem ich das vier Mal gemacht habe, ist meine Routine zu Ende. Ich höre mir dabei immer Musik an, sodass es mich inspiriert auch hält. Ich habe auch eine andere Maschine zu Hause, die aussieht wie ein Fahrrad. Das nennt sich Cardioglide. Und wenn ihr darauf sitzt, dann drückt ihr die Pedalen nach vorne. Und dort ist keine Kette. Das ist nur eine Pedale. Und wenn ihr die nach vorne drückt, zur gleichen Zeit, zieht ihr an den, wo ihr festhaltet. Und der Sitz geht hoch. Es sieht fast so aus, als wenn ihr auf einem Pferd reitet. Und geht hoch und runter. Und dann könnt ihr es mit dem Unterarm machen. Und dann könnt ihr auch weit die Hände ansetzen. Und das auch mit dem Unterarm. Und das trainiert den ganzen Körper. ohne dass dort Verletzungen auftreten. Und während ihr älter werdet, da seid ihr natürlich sehr sensibel und möchtet euch nicht verletzen. Nur manche müssen das wirklich sehr langsam anfangen. Und ihr möchtet vielleicht darauf nur gehen, bis ihr Balance dort bekommt und alles stärker wird. Und in den ersten Wochen sollte es nur 5 bis 10 Minuten springen sein, dass euer Rücken stärker wird. Wenn ihr zu viel springt, dann kann es passieren, dass ihr Rückenschmerzen bekommt. Also tut am Anfang nicht zu viel. Und stellt sicher, dass ihr ein qualitativ gutes Trampolin bekommt. Denn die billigen, die sind etwas härter. Und das, worauf man steht, wird dann so wellig. Und das ist wirklich auch nicht so schön. Denn dann, wenn ihr springt, dann macht es das, eure Gelenke sich nach innen drehen. Und dann werdet ihr Schaden haben an den Hüften und an den Knien. Und das wird dann dazu führen, dass sich der Rücken auch, dass der Schmerz ist. Also ich mache das fast jeden Tag. Ich mache keine Bewegung am Sabbat. Ich gehe auch nicht am Sabbat und mache solche starken Wanderungen. Sabbat soll ein wirklich angenehmer Tag für mich sein. Nun zeige ich euch noch, was wir mit Stühlen machen. Und weil natürlich die Anziehungskraft frei ist, kostet dich das nichts als Zeit. Und ihr wollt so einen Stuhl haben mit Lehnen. Und während ihr nun Doug Batchelor zuschaut oder mir, könnt ihr euch hinsetzen und genießen und anfangen Bewegung zu machen. Fangt ganz einfach an. Einfach die Beine hochheben. Und während ihr zuschaut, geht die Zeit sehr schnell um. Und während ihr stärker werdet, könnt ihr sie zur gleichen Zeit hochheben. Und ihr könnt die Arme hier auf die Seiten oder euch auch am Boden des Stuhls festhalten. Und dann möchtet ihr sie vielleicht noch höher heben, so dass ihr den ganzen Körper wirklich trainiert. Und ihr könnt die Arme hochheben, wie das. Und das ist eine einfache Art und Weise zu beginnen. Wenn ihr zum Ende geht, die einfache Art und Weise ist dann so. Und ihr geht runter und hoch. Und während ihr stärker werdet, macht ihr eure Beine gerade. Und dann geht ihr lang runter. Und das trainiert den Hinterteil eurer Arme. Und das ist sehr einfach zu tun. Und macht das einfach immer wieder, während ihr schaut. Also denkt ihr noch nicht mehr darüber nach. Ihr bewegt euch einfach, während ihr euch etwas anschaut. Auch Schwimmen ist eine gute Übung. Aber beim Schwimmen werdet ihr nicht viel Gewicht verlieren. Denn ihr seid im Wasser. Und dort ist nicht so stark die Anziehungskraft, die an euch zieht. Auch Fahrradfahren kann eine gute Übung sein. Aber ihr sitzt wieder. Und so zieht nicht die ganze Gravitationskraft an euch. Das Laufen, das wird nicht empfohlen. Die letzten Studien haben gezeigt, dass wenn ihr lauft, dass euer Körper so eine kleine Krise hat. Er denkt, dass irgendetwas falsch ist. Und so kommt das Adrenalin raus. Und es entwickeln sich so Blutgerinnsel. Und der Körper wartet darauf, dass ein Bär kommt und euch beißt. Sie haben Studien durchgeführt an Marathonlaufern. Und zwei Wochen nach einem Marathon haben die meisten eine Erkältung oder ein Virus. Denn ihr Immunsystem ist nicht mehr da. Denn sie sind für mehrere Stunden gelaufen. Ihr habt von Marathon gehört. Und der Mann, der das getan hat, es wurde ja nach ihm benannt, er starb. Nach dem Laufen. Ich hatte früher eine Stunde am Tag, sechs Tage die Woche bin ich gelaufen. Aber jetzt laufe ich nur noch ganz seicht am Freitag. Denn es ist Teil meiner Sabbatvorbereitung. Ich liebe es zu laufen so sehr, dass ich es nur einmal die Woche erlaube. Und ihr könnt so ein schnelles Gehen machen, das ein bisschen besser ist. Run 10 Minuten, walk 10 Minuten, run 10, walk 10. Beziehungsweise so ein Gehen, Laufen, Gehen, Laufen, für 10 Minuten immer. Und das ist ein bisschen einfacher. Ganz besonders für Frauen ist das Laufen nicht angebracht. Denn die weiblichen Organe, die können Probleme dadurch bekommen. Die Männer sind ein bisschen stabiler und für die ist es ein wenig einfacher. Meine Lieblingssache ist es, barfuß am Strand zu laufen. Aber ich benutze bestimmte Einlagen in meine Schuhe. Und ich mag gern auf Gras oder auf Erde laufen. Denn wenn es geteert ist, das ist viel härter für den Körper. Und die beste Übung ist Gartenarbeit. Das ist sie wirklich. Ihr tut verschiedene Stretchübungen und Kraftübungen und ihr bückt euch und ihr grabt. Und nachdem all das passiert ist, habt ihr auch etwas zu essen. Und etwas, was ihr anderen auch mitgeben könnt. Und weil ich so viel reise, kann ich leider keinen Garten haben. Ich habe noch nicht mal ein Haustier. Ich habe nur einen Plastik-Goldfisch. Und das ist alles, was ich haben kann. Also ich möchte euch ermutigen, euren Garten anzubauen. Und schnelles Gehen ist auch sehr, sehr gut. Wenn ihr geht, dann wollt ihr eine gute Haltung haben. Und die beste Art und Weise, das zu sehen, ist, wenn ihr annehmt, dass einfach hier ein Haken ist, an eurem Sternum, Brustbein. Und ihr werdet von diesem Haken gezogen, sodass euer Kopf hoch ist und die Schultern zurück. Und nun können sich die Lungen komplett füllen, weil ihr eine gute Haltung habt. Also praktiziert das, während ihr geht. Wenn das nicht schwer genug ist, dann könnt ihr einen Rucksack nehmen, vollfüllen mit Steinen. Und wenn es dann schwer genug ist, dann fangt ihr an zu schwitzen und schwer zu atmen. Also es gibt Art und Weisen, das zu tun, die nicht teuer sind. Gott hat uns die Anziehungskraft gegeben und ihr müsst euch entscheiden, dass ihr das benutzt, um euren Körper zu bewegen und in Form zu bringen. Ihr solltet nicht eine Stunde vor euren Mahlzeiten euch bewegen, solche Bewegungen machen und ihr solltet mindestens zwei Stunden danach erst, nach dem Essen, so etwas tun. Ihr solltet noch nicht mal, nachdem ihr gegessen habt, hart studieren. Das Beste, was ihr tun könnt, nach dem Essen, ist es zu gehen. Und je mehr ihr esst, desto mehr solltet ihr gehen. Manche sollten vielleicht auch auf die andere Seite des Landes gehen. Aber ich mag es so, einen 30-minütigen Spaziergang zu haben, nach dem Essen. Der Mann, der mein Trampolin entwickelt hat, ist wirklich ein Experte, was das angeht. Manche Leute mit einem Rücken, der schon Schaden hat, da empfiehlt er, dass man einfach nur darauf sitzt und wenn dann jemand hinter euch steht und sie das dann für euch springen, also alles, was ihr tut, ist, dass ihr sitzt dort und euer Freund, eure Freundin hilft euch, dass ihr dort hoch und runter geht. Und wenn ihr das wirklich vorsichtig tut, dann wird es anfangen, euren Rücken wieder aufzubauen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die er erzählte, von einer Frau, die so einen Gehwagen oder einen Gehbock hatte. Und die Ärzte sagten ihr, nächstes Jahr werden Sie in einem Rollstuhl sein und Sie werden dort für den Rest Ihres Lebens sein. Und so ging sie zu meinem Freund David Hall und sagte, was kann ich tun? Und er sagte ihr, einfach damit anzufangen, dass sie einfach nur darauf sitzt. Und sie hat ihren Weg dadurch gemacht und das nächste Jahr, als sie wieder zu ihm kam, um ihn zu sehen, wie er sprach, saß sie ganz hinten im Raum und als David nach Fragen fragte, kam diese Frau und lief nach vorne und sie hat so gemacht, als sie vorne war. Und sie sagte, letztes Jahr war ich hier mit so einem Gehbock oder Gehwagen und die Ärzte haben mir gesagt, ich würde im Rollstuhl sein. Aber ich habe dieses Bewegungsprogramm gemacht und ich muss nicht in den Rollstuhl gehen. Es ist wirklich interessant, was ich gesehen habe, was mit Menschen passiert ist. Und deswegen empfehle ich es auch. Ich empfehle nur Nahrungsmittel und Wasser und Bewegung, die ich auch tue. Wenn es funktioniert, lasse ich es euch wissen. Ich verkaufe keine Produkte, ich habe da keinen Profit von. Ich sage euch einfach nur das, was ich herausgefunden habe. Und ihr könnt David Hall googeln und er ist mehr als glücklich, euch zu helfen. Und wir sind sehr gute Freunde. Und wenn ich ihn jetzt anrufen würde, wäre er hier mit mir hergekommen. Denn wir lieben es, zusammen zu reisen. Und ich wusste, es ist ein neuer Ort, wo ich hier hinkomme und deswegen wollte ich es noch nicht tun. Aber David ist ein wirklich guter Mann und er ist sehr ehrlich. Und er wird euch sagen, was ihr tun könnt und was ihr nicht tun könnt. Aber die andere Maschine, die ich benutze, ist von Covert Bailey vorgeschlagen worden. Er spricht auch fürs MIT. Und er ist sehr, sehr gut, wenn es um Bewegungsphysiologie geht. Und deswegen habe ich diese zwei Geräte. Wenn das Wetter wirklich schlecht ist, dann nehme ich sie mit hinein. Aber wenn das Wetter in Ordnung ist, dann nehme ich sie mit nach draußen. Denn ich bleibe draußen, so viel ich kann. Und wenn du es kannst, dann solltest du immer Bewegung draußen machen. Das Gehirn mag den offenen Himmel sehen. Es hilft ihm, dass es glücklich ist und entspannt. Und ihr habt dort viel mehr frische Luft. Und ihr solltet mindestens dreimal pro Woche Bewegung haben. Denn wenn ihr Bewegung habt, dann geht euer Energielevel höher. Und es wird für 48 Stunden auch, wird der Level so bleiben. Und dann fängt er an, wieder runter zu gehen. Also dann wollt ihr es nicht mehr tun. Also das wollt ihr nicht. Ihr wollt, dass der Level oben bleibt. Also wenn ihr einfach anfangt, dann fangt ihr vielleicht an mit einfach 15 Minuten gehen. Und versucht das jeden Tag. Und während ihr euch besser fühlt, ist es dann ideal, das jeden Tag so zu machen. Aber du musst natürlich auch wissen, wie dein Tagesplan ist. Ja, aber wenn du keine Zeit nimmst, um Bewegung durchzuführen, dann wirst du Zeit haben, um krank zu sein. Also ich möchte es lieber dafür benutzen, dass ich für Bewegung benutze, diese Zeit, als dass ich Zeit haben muss, um krank zu sein. Okay, ich denke, ihr habt jetzt die Richtlinien. Und es gibt noch andere Bücher, die ihr auch in der Bücherei bekommen könnt, die euch verschiedene Bewegungen zeigen. Und stellt sicher, dass sie sicher sind. Es gibt auch verschiedene Klassen, wo ihr euch einschreiben könnt, und verschiedene Clubs, und so weiter. Manchmal geht es manchen besser mit Bewegung, wenn sie einem Club angehören. Und sie dort Freunde machen können. Es ist auch immer gut, einen Partner zu haben, mit dem ihr das zusammen tun könnt. Und weil ich so viel reise, habe ich so 30 oder 40 verschiedene Kassetten, die ich benutze, und höre verschiedene Musik, während ich mich bewege. Macht wirklich einen großen Unterschied, denn die Musik inspiriert mich und macht mich glücklich. Und so ist es einfacher, für mich meine Bewegung durchzuführen. Stellt auch immer sicher, dass ihr richtig atmet. Haltet nicht die Luft an, während ihr Bewegung durchführt. Oft machen Menschen das, wenn sie etwas sehr, sehr Schweres, Anstrengendes tun. Erinnert euch daran, das Atmen durch die Nase ist wichtig, denn diese Stickstoffzellen, die dort oben sind, die helfen euren Lungen und Arterien, dass sie sich erweitern, sodass ihr mehr Sauerstoff haben könnt, für eure Bewegung. Bevor ich laufen gehe, bin ich vorher mit dem Trampolin. Und es entspannt meine Muskeln. Also ich mache nicht viel Stretching. Aber wenn ihr fühlt, dass ihr das braucht und eure Muskeln wirklich verspannt sind, dann wollt ihr wirklich so langgezogene Stretchübungen. Also das heißt, stretcht die Beine so weit ihr könnt und dann hüpft nicht dabei. Die Idee ist es, dass ihr es ausstretcht und dann hält. Okay, wenn da keine weiteren Fragen sind, dann ist das einzige, was noch übrig bleibt, ist, dass ihr das tut. Danke sehr.